Moin Moin und herzlich willkommen zurück und wir dampfen uns jetzt was. Mein Name ist natürlich Furgator, wisst ihr ja. Und wir erklimmen weiter die... den Berg des Todes. Wo muss ich hin? Da? Da müssen wir hin. Okay, dann hier drauf. Hier mit Sicherheit nochmal fighten, sagst du? Marathon-Fight? Ah. Tschüss! Achso. Ey. Da kann ich gar nicht leiden. Hat die auch nicht runterfallen, ne? Nein! Mein goldener Zahn ist runtergefallen. Das ist doch jetzt scheiße. Hopp, hopp, hopp. Was? Wir nutzen, äh, um die Wand zu zerstören. Die Teekanne. Welche Wand denn? Wahrscheinlich erst weiter oben, ne? Hört doch mal auf zu lecken hier. Das ist doch scheiße. Achso, da oben. Achso, da muss ich, muss ich, muss ich da hin? Bumm. Wahrscheinlich muss ich da hin, ne? Aber ich möchte gerne... Da oben noch hin. Und vor allem die Zähne mir jetzt irgendwie absnaggeln. Hopp. So, dann da hoch. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. So. Dann gehen wir hier wieder runter. Ne, warte mal, hier will ich gar nicht... Da müsst ihr hin. Hopp, hopp, hopp. Ich drücke mich jetzt da hoch, guck mal. Oh, hopp. Und was kommt hier an? Auch euch habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ah, kennt ihr meine neue Warpath-Klinge schon, ne? Jetzt guckt er nicht mehr so lustig, ne? Hier, da guckst du nicht mehr, ne? So. Nichts mehr mit Augen hier. Da gibt ordentlich die Schnute. Wir Verrückten. Oh, da wartet ihr da auf mich. So, den machen wir mal instant hier einfach von hinten weg, jo? Zack, zack, zack. Was willst du denn? Ja, ja. Die Warpath-Klinge hat schon was, ey. Zack. Was, was schießt denn da auf mich? Ach, da oben. Von beide Seiten? Verriss dich, fall da runter. Tschüss. Lass mich erst mal das wegmachen. So, jetzt kann ich mich ganz auf dich konzentrieren, mein Freund. Ba-ba-bam. Ba-ba-bam. Bam! Na. Na, na, na. Wir werden mal hier nicht ausrasten. Bam! Ich habe auch getroffen. So. Dann gibt es nochmal einen mit dem Pferd in die Fresse gekeult und los geht's, ey. Ich habe so ein bisschen Leben verloren, aber mein Gott, was so zu machen, ne? No risk, no fun. Ich habe mein Standardkleid wieder an. Ich möchte gerne... Oh! Irgendwas stimmt hier nicht mit dem Luftstahl, ne? Ich komme nicht ganz so nach oben, ein bisschen. Alice, wie sieht's aus? Ah, ja, genau. Leben und Herzen, äh, Leben und Zähne, Leck und Bumm. Das ist ein bisschen Leben. Oh je. Da geht's weiter. Hier mal ganz kurz gucken. Schön. Ehemalige Haltestelle, würde ich sagen. So, und weiter geht's hier rüber. Ich bin... Nein! Ach, leck mich doch am Arsch. Irgendwie hat mich der, äh... Der Strahl nicht gegriffen. Ich bin echt gespannt, was mich am Ende hier erwartet. Ich hoffe euch auch. So, ihr könnt mir ja mal bitte schreiben in die Kommentare, wie ihr es so findet, das Spiel. Ob es überhaupt wert ist, es anzuschauen. Ob es überhaupt wert ist, es mit mir anzuschauen oder zu spielen. Guck hier! Ne, doch nicht. Okay, passt. Das würde mich mal interessieren. Weil, in den Kommentaren... Ich hab zwar ein paar Likes, ne? Aber... Kommentare gefallen mir immer so. Da würde ich mal... Spiel dich mal gerne mit. Feedback, ne? Ja, tut mir leid wegen den Likes. Das braucht ihr gar nicht erwähnen. Das... Meine Güte, ey. Hier ist aber auch schlimm gerade. Hier, ne? Hier könnt ihr gar nichts. Aua! Wenn er in die Schnauze springen könnte. Das könnt ihr. Schlitz, schlitz. Ach ja. Man wird sich immer an seine erste Waffe erinnern, ne? Und das ist bei uns die Warpall-Klinge. Schön. Hopp, hopp. Hüpf, Häschen, hüpf. Oh, guck mal hier, ne? Ne Metroid-Qualle. Und tschüss. Wiedersehen hat mich sehr gefreut. Und hopp. Oh, ein Teetassenmännchen. Guck mal. Hi. Guck mal, was ich hab. Bam. 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 Oh, ich fokussiere wieder. Aua. Kommst du nicht hinterher. Aua, ich sollte warten, bis das Ding wieder aufgeladen ist. So, jetzt. So. Brauchst du auch nicht weinen, Kind? Aua, was ist das? Achso, die Dinger, die droppen solche komischen... Hab ich gar nicht gesehen. Vorhin auch schon. Die droppen solche komischen Stacheldinger. Das ist mir nicht aufgefallen. Aua, da unten kann ich mich aufladen. Brauch ich zwar nicht ganz, aber tun wir es lieber. Ich höre den schmierigen Verfall doch hier irgendwo wieder. Also ich sehe nicht, ich höre... Alter, du bist so ein kleines Mistvieh, ne? Komm, in die Unterwelt mit dir. Und tschüss. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Wo muss ich jetzt hier wieder hoch? Da komm ich nicht hoch! Wo muss ich denn hin? Ja. Hab mir auch grad mein ganzes Leben aufgefüllt. Ich bin jetzt hier drauf, ne? Wo muss ich denn jetzt hin? Ist hier irgendwo was? Ich komm doch da nicht mehr hoch, ne? Komm ich da hoch? Doch, da komm ich... Ne, da komm ich nicht hin. Oder komm ich da nochmal hoch? Aber muss ja eigentlich, weil... Gibt ja keinen anderen Weg, ne? Da unten? Da unten muss ich nicht hin, ne? Ne, das kann nicht sein. Mal kurz hier mein... Links aktivieren? Ne. Mal kurz hier ein bisschen Platz machen, wenn die ganzen Steine, die stehen jetzt jetzt mit dem Weg. Ich... So. Nochmal probieren. Hopp, hopp, hopp. Ne, ich komm doch nicht hoch. Hab ich da jetzt etwa einen Fehler gefunden, da ich hier nicht mehr wegkomme? Darunter muss ich aber auch nicht, ne? Das heißt, ein Spielfehler? Oder bin ich einfach nur zu blöd? Weil das ist ja schon, ne? Oder sehe ich hier irgendwas nicht? Oh, jetzt kann ich mich auch nicht mehr... Irgendwie hat das Spiel gerade ein bisschen Probleme. Irgendwie konnte ich mich auch gerade nicht mehr groß machen. Hier kann ich mich... Ich schmeiß mir das Kram hier weg. Ah, das kommt immer wieder, ja gut dann. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich kann es nochmal probieren, aber... Hopp, hopp, ne? Immer ganz knapp. Ich komm nicht dran. Ich komm nicht hoch. Das ist ja jetzt wieder geil, ne? Find ich ja jetzt wieder super. Hier irgendwo? Darunter auf die Insel? Nee, oder? Nee, da komm ich gar nicht dran. Nee. Würde ich auch sterben. Aber diese Blume hat doch irgendwas... Also, das kann doch nicht sein, dass ich da nicht hier... Oh, ich hatte nicht gesehen, ey. Ich lappen. Games Bond spielt schon wieder Rocket League. Nice. Ja, Rocket League ist schon ein schönes Spiel. Andererseits, weiß ich nicht... Ich glaube, dieses Langzeiterlebnis fehlt dann. Ich glaube, das macht auf Dauer nicht so viel Spaß. Geht's da unten noch irgendwo hin? Ich glaube, auf Dauer ist das wieder so, so ein, weißt du... Macht halt... Das hab ich gar nicht gesehen. Komm ich da hin? Komm ich da hin? Da wünschte ich gern auch hin. Kann ich das von hier auch noch... Ja, ich hör mich... Guck mal, von hier kann ich das nämlich auch noch machen. Was ist das? Achso. Aber wie komme ich denn jetzt... Wie komme ich denn jetzt dahin? Das möchte ich gerne noch wissen. Hopp, hopp, hopp. Gute Frage. Nächste Frage. Kann ich nochmal zurück? Kann ich denn nochmal... Ist denn hier noch... Hier sind die... Die Dings sind noch da, ne? Ach, da ist die vier. Okay. Oh nein. Scheiße. Die ist zu weit weg. Und die ist auch wieder zurückgefahren. Aber ich weiß schon mal, wie die funktioniert. So, jetzt kommen wir entgegen. Genau. So, jetzt auf der vier. Da ist nämlich die vier. Hopp. Somit wird auch ein Schuh da aus. Und ich... Nein. Vier. Da komme ich doch... Komme ich da jetzt hoch? Ja, da komme ich hoch. Was ist das? Ah, okay. Das habe ich lustigerweise gerade schon ausgelöst. Ausgelöst. Ähm. Aber. Ich möchte... So, nochmal hier hoch. Genau, ich möchte diese Erinnerung... Möchte ich noch haben. Hopp. Und hopp. So, hi. Erinnerung. Ich habe eine Zigarette geraucht, Alice. Das war kein Spaß. Wird mal Tonpfeife probieren. Na dann. So, do it. So, und zack, zack, zack. Schleimiger Fall. Aufladen. Leben aufgeladen. Dann können wir hier weiter. So. Sausen wir mal hier runter. So, was möchte denn die Katze von uns? Der Anblick. Die Ausdünstungen. Der arge Klang. Was hast du gedacht, Alice? Was hat's wohl gedacht? Keine Ahnung. Kann ich mich nochmal aufladen? Ich glaube, wir sind kurz vor einem Fight. Habe ich zumindest gerade hier... Oh, auf dem Boden gesehen. Er ist nicht. Oh, ist es schon so weit. Ach, der ist schon wieder. Hi. Hi. Er ist mal du. So, da möchte ich gerne die T-Kanne wieder. Achso, wo habe ich denn? Aua. Oh, ich komme jetzt andere rein. Das ist um die hier wegzukriegen. Achso, ich schieße eher... Aua. Fokus woanders. Hier oben. Töte sie. Töte sie beide. Oh, jetzt isst er mich wieder. Guck mal. Schmecke ich wenigstens gut. Schön. Oh, der hau mich doch nicht. Der hau mich nicht! So. Ja, aber die Wurz ist halt schon richtig geil hier, ne? Da haust du dem einfach so? Na komm, wohnen wir da. Auge weg. Gesicht weg. Nein, nicht mich fressen. Nein. Lass deine Hände von mir. Deswegen gebe ich die aufs Gesicht, mein Freund. Zack. So, warte mal wieder ein bisschen. Da hinten. Nee, 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 nee. Du kannst mit deinem Brennen köpfen mal ruhig auf mich. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Ja, 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 ja. Schön rückwärts laufen, Alice. Oh, shit. Oh, ich muss hier um die Ecke irgendwo. Na gut, jetzt habe ich hier wieder ein bisschen. Kommst du jetzt wieder mit deinem? Komm ruhig auf mich zu, kein Problem. Komm, 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 runter, runter. Aber ja. So. Gute Nacht, Mr. Evil. Schade ist... Achso, ich wollte gerade noch sagen, schade, dass die mir nie was geben. Boah, ich habe 434. Was brauche ich denn mal? 500 irgendwas, ne? Gleich mal nachgucken hier, ob ich hier wieder schon was machen kann. Nee, 525 brauche ich. Okay. Also circa 80 Stück und dann ist halt gut. So, aber hier können wir uns nur mal eben aufladen. Wichtig. Jede Rose zählt. Kehrseite der ganzen Geschichte ist halt, äh... Rage Alice gibt es weniger, ne? Je mehr Leben wir haben, logischerweise. Ist so seltener, wenn wir die brauchen. Oder die Gegner werden stärker, kann ich... Richtig geile. So, jetzt nimmt sich Alice erstmal wieder hier so ein... Ziehen wir uns mal ein bisschen. Es geht nicht nur um dich, Alice. Sieh nur all die Zerstörung rings um dich. Bedenke ihre Ursache. Dann schließ dich mir an. Okay. So, do it. Hopp. Der bleibt aber noch erstaunlich gelassen dafür, dass hier irgendwie alles zerstört wird. Und da hinten ist ein schönes, schwarzes Loch. Oder ähnliches. Da oben möchte ich nochmal hin. Ist hier noch irgendwas? Außer die Blume. Die gibt mir jetzt Zähne, ne? Auch, ja. Jeden Zahn, den wir kriegen können. Ah, guck mal, eine Oase hier. Eine schöne Oase mitten in dieser ganzen Verwüstung und Zerstörung. Ich mein, ne? Ist ja... Ist ja schön, ne? Aber wir sind schon wieder am Ende der Folge. Guck dir das an. Wir haben schon wieder 17 Minuten weg mehr Morsch. Auf dann der Forgot. Bis dann. Tschüss. Tschüss.